Wir sind hier an der Wäscherei. Warum sind hier so viele Leute? Weil die Bio-Kompagnie in die Räume dieser Bank einzieht und die Wäscherei Knallauffall gekündigt wurde, weil hier der Backshop von der Bio-Kompagnie rein soll. Und die Frau seit 30 Jahren hier arbeitet und das ist ihr Leben und diese Wäscherei ist wichtig für den Kiez und wir wollten die nicht alleine lassen mit den Anwälten, die jetzt kommen um die Räume zu begehen, sondern wir wollten Solidarität zeigen, dass sie vielleicht die Möglichkeit bekommt, die Wäscherei weiter zu betreiben oder jedenfalls eine Alternative zu bekommen oder ein bisschen Zeit, um die Geräte zu verkaufen. Ja, ich habe eine Kündigung bekommen, nach fast 30 Jahren hier in dem Laden, ich soll zum 31. Januar raus. Ohne Vorwarnung, ohne alles. Ich soll den Ladenbesen rein verlassen. Ich soll mir die Maschinen wahrscheinlich unter den Arm klemmen oder was weiß ich. Und hier kommt die Bio-Kompagnie rein, hier kommt das Stehkaffee rein und in der Bank die Bio. Und sie wollen das zusammen haben und möchten das hier betreiben. Und damit stehe ich vor dem Aus. Wie haben Sie denn die vielen Leute aus der Nachbarschaft empfunden, die hier vorbeigekommen sind? Das hat hier eine aus den, wie sagt man hier, aus den kleinen Läden, als ich gesagt habe, ich bin gekündigt worden. Da hat sich das verbreitet und dann sind die gleich in diese kleinen Läden gelaufen. Na und dann haben die alle Leute zusammengetrommelt und irgendwie sind die alle hierher gekommen. Weil die heute hier, heute waren der Makler da und der Rechtsanwalt von der Bio-Kompagnie und mein Rechtsanwalt auch. Und die haben sich hier getroffen, um was zu besprechen, aber was auch nicht viel gebracht hat. Was ist denn dabei rausgekommen? Bis jetzt noch gar nichts. Da werden noch weitere Verhandlungen geführt. Ich kann noch nichts sagen. Und wie fanden Sie, dass so viele Leute jetzt hier heute gekommen sind? Ich fand das ganz toll, weil das waren auch meine Kunden und sie meinten einfach, sie können hier nicht weg. Sie gehören hier in den Beats und haben alles mobil gemacht. Und einer hat es dem anderen gesagt. Und so standen die hier heute alle. Und ich fand das ganz toll. Ich habe das nie gedacht, dass ich so eine Resonanz hier habe.